Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Wir befinden uns in Diamond City und wie angekündigt wollen wir uns nach den Erkundungsfolgen, die wir zuletzt hatten, jetzt auch mal wieder etwas zielstrebiger um einige offene Quests kümmern. Und ja, ich habe schon auf dem Radar unten die Markierung gute 30 Schritt voraus. Ich nehme an, das wird die Quest mit Bobby sein. Noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wir haben in Good Neighbor die Ghoul-Dame Bobby kennengelernt. Sie hat uns angeheuert, um unter ihrem Haus einen Tunnel zu graben. Das ist sehr schnell sehr schief gelaufen, weil eine Horde Maya-Lurks eingefallen ist. Die anderen Arbeiter sind abgehauen. Wir haben die Maya-Lurks erledigt und daraufhin wurden wir ja quasi befördert. Und wir wissen immer noch nicht genau, worum es geht. Es scheint etwas hochgradig Illegales zu sein. Gehe ich jedenfalls schwer von aus. Und jetzt haben wir die Aufgabe, uns mit Bobby hier in Diamond City am Nudelstand zu treffen. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ich bin sehr gespannt, was es mit dieser ganzen Aktion auf sich hat und was Bobby plant. Und vor allem, wie unsere Rolle bei der ganzen Sache aussehen soll. So, da vorne scheint sie auch schon zu sitzen. Hat sie eine Maske an? Ja, sie hat eine Maske an. Das ist doch schon mal... Das ist schon merkwürdig. Da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glasfag, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mittendrauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Okay, sie versteckt ihr Gesicht, weil sie eben ein Ghoul ist. Und Ghoule sind in Diamond City nicht willkommen. Deswegen leben die alle in Good Neighbor. Sie will also den Tresorraum unter dem Büro des Bürgermeisters plündern. Ha. Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich hab meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur... Er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Aha. Da läuft also der Hase her. Sehr gut finde ich. Mein Typ für Technik. Ich hab auch so einen. Ich hab auch einen Typ für Technik. Immer wenn irgendwas schief läuft, frag ich ihn. Und dann läuft es meistens noch mehr schief, aber dann ist er angefixt und löst das Problem auch irgendwann. Ja, im Sicherheitsbüro also sitzt der Kerl. Ich frage mich gerade, ob wir ihm schon begegnet sind, denn ich hab mir das Sicherheitsbüro auf jeden Fall schon angeschaut, als ich das erste Mal in Diamond City war. Erzähl mir mehr über das Büro der Security. Waren früher mal umkleiden und das riecht man auch. Das ist kein Hochsicherheitsgefängnis und es wird auch nicht schwer bewacht. Kein Problem für jemanden wie dich, oder? Ja, knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Okay, hol Mel aus dem Gefängnis. Ha, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe jetzt. Die Frage ist natürlich, es stellt mich vielleicht wahrscheinlich nicht so sehr vor ein technisches Problem. Also Schlösser knacken kann ich ja. Das Problem ist eher moralischer Art. Will ich die Stadt Diamond City ausrauben zum Wohle der Stadt Goodneighbor? Beziehungsweise, ich weiß ja gar nicht, ob hier Lady Bobby tatsächlich die Sachen dann auch mit den Bürgern von Goodneighbor teilen würde. Oder ob sie das alles für sich haben möchte, eventuell auch verkaufen will oder so. Hm. Ich bin ja an für sich eigentlich, ich bin ein bisschen erstaunt, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, jetzt zu sagen, ich will das gar nicht machen. Ich bin ja eigentlich mehr der moralisch einwandfreie Typ. Und eigentlich der gute Kerl, der immer alles auf, ja, gute, gute Weise löst. Und zum Wohle der Allgemeinheit. Und ich weiß halt nicht, ob Bobbys Plan unbedingt in diese Richtung spielt. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, Diamond City geht es gut. Und der Bürgermeister ist tatsächlich ein Arsch. Das haben wir auch schon festgestellt. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich weiß, dass ich ihn nicht leiden kann. Also von daher, ja, es ist jetzt die Frage, ihn da rauszuholen. Das könnte natürlich auch jede Menge Stress für mich bedeuten, wenn das bekannt wird, dass ich ihn rausgeholt habe. Ha, vielleicht, hm, vielleicht gehe ich erst zu Nick Valentine, damit er das nicht mitkriegt. Oder ich gucke mir die Sache mal an. Ich glaube, ich gucke mir die Sache mal an. Ich schaue mir mal an, wo genau der drin sitzt und was wir machen müssten, um das zu erledigen. Hier sind wir auf jeden Fall schon gewesen. Ich meine, hier wäre auch ein Protektron gewesen. Ja, klar, natürlich, direkt in der allerersten Celle hier vorne. Super Sache. Das ist ja genial. Hier hinten gab es doch einen Protektron irgendwo. Ich glaube, wenn man den aktiviert hat, genau, der da, dann ist der auf die Leute losgegangen. Das wäre natürlich eine gute Ablenkung, quasi das Ding einfach zu aktivieren. Die hier alle beschäftigt. Ha, ich weiß nicht. Oh, ich glaube, da darf ich nicht dran, oder? Darf ich da dran? Nee, natürlich nicht. Ich darf ihn aufmachen, aber ich darf die Nuka-Cola nicht rausholen. Ja, hm. Ihn soll ich also da... Ja, klar, hier steht noch einer direkt vor der Tür. Wie komme ich denn hier... Kann ich mit ihm sprechen erst mal? Mal hier, kann ich dir helfen? Du bist der Typ für Technik? Ich hörte, du wärst so eine Art Tech-Experte. Richtig gehört. Vielleicht ist Tech zu allgemein. Ich stehe auf Roboter. Nicht so wie du denkst. Aber ich komme gut mit Maschinen klar. Warum? Brauchst du meine Hilfe? Aber ich komme gut mit Maschinen klar. Nicht so wie du jetzt denkst. Hör auf, daran zu denken. Ja, vielleicht ist der ja auch der richtige Typ für Curie direkt. Die will ja auch jemanden finden, der, äh... Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung drauf hat. Ähm... Ja, ich hol dich raus. Ist vielleicht zu viel versprochen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das mache. Ehrlich gesagt. Ich möchte einfach mal... Es ist zwar eigentlich nicht meine Art. Also, es ist nicht Johns Art. Es ist nicht die Art meines Spielcharakters. Meine Art ist es schon. Aber ich möchte mit Sarkasmus antworten. Kommst du oft hierher? Es heißt doch, dass man ganz besondere Personen da trifft, wo man es am wenigsten erwartet. Also, warum bist du hier? Du willst was von mir, richtig? Okay, ich muss zugeben, er hat gut gekontert. Ich werde dich da rausholen. Dann solltest du es aber nicht so rausschreien, dass jede Wache in Diamond Cities hören kann. Was ganz anderes. Es gibt da hinten eine alte kaputte Protektron-Einheit. Ich sollte für die Wachen einen Blick drauf werfen. Aber das war eine harte Nuss. Konnte nichts machen. Ja, will er mir damit sagen, genau das, was ich eben vermutet habe, das Ding da zu aktivieren und für ein Ablenkungsmanöver zu sorgen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich könnte auch einfach mal hier gucken, ob ich nicht irgendwo einen Schlüssel finde und einen Schlüssel klauen kann. Oder habe ich den sogar schon? Vielleicht beim letzten Mal eventuell? Hätte ja auch sein können, dass ich irgendwo schon was gesehen habe. Aber nee, ich bin ja kein Dieb, ne? Ich habe das wahrscheinlich nicht geklaut. Verbessertes. Ja, ein verbessertes Schloss aufkriegen ist nicht das Problem. Das wäre wohl ein leichtes. Ha, aber den da rauszuholen? Ich weiß nicht. Es irritiert mich halt ungemein, dass die Quest quasi bisher keinen Ausstiegspunkt geboten hat. Wo man sagen konnte, nee, pass auf, deine Sache ist mir hier zu illegal. Ich mache da nicht mit. Und jetzt habe ich sie halt. Ich mache halt in der Regel, wenn ich eine Quest angenommen habe, wenn ich eine Quest verfügbar habe, dann erledige ich sie auch. Also demnach müsste ich die Quest eigentlich irgendwie machen. Ich möchte ja am liebsten alles erledigt haben. Aber andererseits ist das natürlich schon... Ha, moralisch verwerflich, möchte man meinen. Hm, ich bin noch... Ich hadere noch so ein bisschen mit mir. Ich werde mal schnell speichern. Und dann, ähm... Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach mal und schauen, was dabei rauskommt. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und schief gehen tut es in der Regel bei mir. Also bin ich es gewohnt. Es sollte also... Ja, eigentlich... Alles ist beim Alten sein, wie immer. Timeline, null Treffer. Alles beim Alten, wie immer. Was sagte ich gerade? So ist es. So, dann ist es, äh... Keine Ahnung. Schauen wir das mal. Ähm, zwei Treffer, immerhin. Das wird schon mal ein bisschen besser. Das ist es nicht. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht bis unten hingeguckt. Ich habe ja jetzt einen neuen Perk, wo die nicht mehr gesperrt werden. Ich versuche es einfach, äh... Brute Force mäßig. Wie Sperre einleiten. Ich dachte, die werden nicht mehr gesperrt. Ne, ist es auch nicht, siehste. Ich mache es mal Brute Force mäßig. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schade, alles falsch. Ich mache es nochmal. Ich hatte gehofft, dass das schneller geht, als alles wirklich, äh, ordentlich sich anzuschauen. Äh. Das da. Das da. Das da. Schade. So funktioniert es auch nicht. Es gibt Leute, die das nur auf diese Art und Weise machen. Und das einfach so oft versuchen, bis es funktioniert. Aber das ist irgendwie nicht so ganz meine Art, muss ich sagen. Dann werde ich wohl doch die Zeit aufwenden müssen, mir das alles ordentlich anzuschauen. Schade. Oh, guck mal. Banditos da unten. Ist das nicht, ist das nicht so eine... Sind das nicht hier so, äh... Motorrad... Menschen? Fahrer? Gruppen? Illegaler Art? Mehr oder weniger? Treffer 1. So, dann wird es das schon mal nicht sein. Dann müssen wir leider die Zeit dafür aufwenden. Tut mir leid. Ich wollte das ein bisschen schneller lösen, aber... Geht nicht. Treffer 0. Das ist ja großartig. Morpheus? Morpheus? Ähm... Treffer 3. Es wird besser, aber nicht gut genug. Ehrlich gesagt. Ach, Mann. Was war das da oben? Treffer 1. Das passt. Dann zu Contra, es darf es nur 0 Treffer haben. Nur. Es darf nur 0 haben. Also keinen. Gar keinen einzigen. Das könnte aber auch passen. Und dann Fighters waren gleich 3 Treffer. Das könnte hinhauen. Ja, also... Ach, Gott sei Dank. Endlich. Ich dachte schon, ich muss noch mal ganz von vorne anfangen. Okay, ja, ja. Bitte erst lesen. Wir haben das schon mal gelesen. Die Einheit ist halt kaputt und greift wahllos Leute an. Ist also ein kleiner Amokläufer. Und ja, dann aktivieren wir den einfach mal. Und schauen mal, wie die Leute damit zurechtkommen hier. Und dann gehen wir mal schnell aus dem Weg. So, kleines Ablenkungsmanöver. Ich weiß übrigens gar nicht, wie Kyrie das finden könnte. Wenn wir jetzt hier... Ja, der läuft... Nein, Kyrie, jetzt helft denen doch nicht. Wo sind denn die anderen jetzt alle? Guckt hier keiner? Sind die alle Gefahr? Ja, aber bin ich jetzt erkannt oder nicht? Ah, doch. Da drüben hockt einer. Die sehen das alle. Ist ja doof. Ich versuch das trotzdem einfach mal. Vielleicht achtet ja keiner auf mich. Guck mal hier. Da geht das direkt auf. Was ist hier los? Wurde es beim Schlossknacken erwischt. Besitzer ist jetzt feindlich. Ja, super. Das wollte ich natürlich nicht. Das ist natürlich... Genau, jetzt wird mein Roboter auch noch angegriffen. Nee, das ist nicht in Ordnung. So haben wir nicht gewettet. Das ist nicht in Ordnung. So, das haben wir ausradiert. Das ist nie passiert. Die letzten paar Minuten sind nie passiert. Ja, das ist natürlich doof. Wie kann ich das denn... Ich meine, da müsste ich den ja genau im richtigen Moment quasi aktivieren, damit niemand hier vorne ist, wenn der Kampf ausgelöst wird. Aber das wird nicht funktionieren. Wo war denn hier? Da war doch auch noch einer. Ja, genau. Hier läuft nämlich einer rum. Da hinten steht auch einer die ganze Zeit. Der da... Wie soll ich es denn schaffen, den da hinten rauszukriegen? Das funktioniert doch nicht. Mir fällt noch eine andere Möglichkeit gerade ein, eventuell, indem ich mir einen Stealthboy schnappe und mich hier absolut unsichtbar vielleicht hinhocke. Und das mit dem Schloss versuche, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. So oder so habe ich gerade keinen Stealthboy dabei. Die Sache mit dem Protektor hat nicht gut funktioniert. Sie hat noch vorgeschlagen, jemanden zu bestechen. Das wäre aber insofern ja doof, weil dann mindestens einer noch... Also noch ein weiterer Mitwisser da wäre, der genau weiß, wer wann wo wen rausgelassen hat. Und zu guter Letzt könnte ich natürlich noch irgendeinen Schlüssel stehlen. Ich weiß nicht, ob die hier vielleicht einen haben. Das wollte ich ja eigentlich eben schon mal. Schlüssel für Gefängnis von Diamond City. Tatsächlich. Die hätten hier auch einfach den Schlüssel parat. Ich bin einfach nur so hier drin, dass überhaupt entdeckt. Ja, natürlich versteckt. Ups. Wie geil. Also okay, Kyrie hat das schon mal nicht gefallen. So viel ist schon mal klar. Interessanter finde ich gerade, dass sie, während er hier reinkommt, sagt, du musst aufpassen, dass die Polizei dich nicht erwischt. Diebstahl ist nicht in Ordnung. Schön. Okay, jetzt weiß ich schon mal, dass Kyrie auf sowas nicht steht. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kriege ich ihn da raus? Ohne dass es jemand mitkriegt. Entdeckt, entdeckt, versteckt. Oh mein Gott. Hat das... Das hat funktioniert. Das war ja viel einfacher, als ich gedacht hätte. Rekrutier Mel. Ups, guck mal, ein Gefangener entkommt. Leute, was ist hier los? Hallo, da ist gerade einer weggelaufen. Interessiert überhaupt niemanden. Interessiert überhaupt niemanden. Die Latschen einfach stur weiter. Okay. Alles gut, dann gehen wir einfach. Okay, das ist nicht optimal gelaufen jetzt. Aber es ist auch nicht so schlecht gelaufen wie beim ersten Versuch. Optimal wäre es natürlich, wenn Kyrie das nicht mitbekommen hätte. Beziehungsweise noch optimaler, wenn es ihr gefallen hätte. Aber ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich... Keine Ahnung, wen hätte ich da mitnehmen müssen? McCready oder so. Dem hätte das wahrscheinlich gefallen. So, wir helfen also tatsächlich gerade dabei, die Stadt Diamond City zu berauben. Die Stadt, aus der unsere geliebte Piper stammt. Ah. Okay, dann reden wir jetzt mal mit ihm, bevor er mich anquatscht. Während ich was anderes erzählen möchte. Mel. Tja, danke, dass du mich rausgeholt hast. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Woher weißt du das? Niemand sonst würde sich meinetwegen so viel Mühe machen. Gott. Die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe hier ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten? Wie sieht der Job aus? Alter, was? Der hat da nur für einen Tag drin gesessen? Der wäre morgen wieder rausgekommen, oder was? Alter. Ah, dafür haben wir hier Kopf und Hals und alles riskiert. Hast du schon mal mit Bobby gearbeitet? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht zu den Vertrauenswürdigsten gehört. Das Team ist vielleicht ein anderes, aber bei jedem Auftrag gibt es die gleichen kryptischen Anweisungen. Da melkt man eher einen tollwütigen Jaogui, als eine offene Antwort von Bobby zu kriegen. Okay. Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkacken versorgt. Bobby ist zwielichtig, aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. War das jetzt richtig, ihm das zu verraten? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall ist er dabei. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Wie wir sie erledigt haben, ist ja fast egal in diesem Fall. Das ist ja dann entweder zu Bobbys Zufriedenheit oder nicht. Aber mir ist das eigentlich egal. Okay, gut. Das hätten wir also erledigt. Ja, wie gesagt, jetzt helfen wir hier, die Stadt zu überfallen. Aber so ist das mit dem Helfer-Syndrom. Ich habe so ein Helfer-Syndrom. Wenn mich jemand um Hilfe fragt, dann muss ich da einfach helfen. Und wenn das halt jemand Böses ist, also wenn die Zwielichtigen mich zuerst fragen, dann muss ich das halt erledigen. Ist ein bisschen doof, aber läuft so. Genau so läuft es. Ach, guck mal, hier ist wieder eine Base. Gab es nicht irgendwie auch einen Erfolg dafür? Irgendwas mit Baseball war da. Aber ich glaube, das war Schlagen-Homerun oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht, was es damit auf sich hat. So, ich möchte auf jeden Fall eigentlich zu Nick Valentine. Ich frage mich nur gerade, ist der nicht hier? Der ist nämlich nicht markiert. Wie kann das sein? Warum ist der nicht markiert? Ich gehe da trotzdem mal rein. Oder ist das woanders? Moment, 70, 69. Ne, das ist wahrscheinlich hier jetzt die andere Quest. Ich gehe mal hier rein und möchte mal mit Nick Valentine sprechen, bevor ich irgendwelchen anderen Blödsinn treibe. Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht so lange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Okay, ich soll mit dir sprechen, nicht mit ihm? Können wir mit meinem Fall anfangen? Oh, natürlich. Es muss nur noch etwas Bürokratie erledigt werden. Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Such begeben hast. Aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Ähm. Ich überlege gerade, wenn ich hier noch irgendwelche anderen Fälle bearbeiten kann, überlege ich gerade, ob da nicht vielleicht das, äh, das Phantom dabei sein könnte. Könnte das nicht sein, dass das... Ah, okay, das hier ist markiert. Ich soll mich hinsetzen, offenbar. Ähm, die nehmen das ernst. Setz dich heißt, setz dich. Mach ich jetzt auch gleich. Ich überlege gerade, wenn wir der neue Partner werden können und hier irgendwelche Fälle bearbeiten können, dann könnte natürlich die Sache mit dem Phantom einer der Fälle sein. Was ich unglaublich spannend finden würde und was ich, äh, jetzt tatsächlich auch hoffe. Denn das ist so eine Sache, die mich wirklich ein bisschen gewurmt hat, dass wir da... Was ist los mit dir? Kyrie, was ist los mit dir? Was tust du? Ähm, dass wir da noch keine abschließenden Antworten drauf gefunden haben. Ich fände das großartig, wenn das, äh, nochmal möglich wäre, da zurückzukehren und, äh, den ganzen Fall abzuschließen. So, aber wir setzen uns erstmal und, äh, schauen, was hier abgeht. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Okay. Ähm, Volt 111 Beschreibung, Entführung beschreiben, den Mord beschreiben. Es geht ja zunächst mal um die Entführung, ne? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Was kannst du mir noch erzählen? Ja, tatsächlich kann ich mich gerade an die Sache mit dem Ersatz gar nicht erinnern. Das war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich irgendwie, habe ich das nicht mitbekommen oder habe ich das schon wieder vergessen? Ich weiß es nicht. Ich war ja nicht sehr zielstrebig bei der, äh, Erfüllung dieser Aufgabe hier. Deswegen habe ich schon wieder die Details vergessen, fürchte ich. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie, sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Ja, also das muss tatsächlich eine sehr gezielte Tat gewesen sein. Das war mir aber jetzt auch vorher schon klar, dass es wirklich darum ging, dieses Kind rauszusuchen. Ähm, wobei ich halt noch nicht weiß, warum. Und warum wir der Ersatz dafür wären, äh, ist auch noch nicht, äh, klar. Also ist mir noch nicht klar. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean, er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Hm. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Ja, wir haben mit all diesen Gruppen schon zu tun gehabt. Äh, von denen würde ich natürlich das Institut am wahrscheinlichsten halten. Deswegen, glaube ich, äh, frage ich jetzt nach den ganzen anderen erstmal gar nicht. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Zünds nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun. Was ihr Plan ist. Oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Zünd. Also, ein ausrangierter Prototyp. Okay, jetzt erfahren wir noch ein bisschen was über ihn. Du bist einer von ihnen. Einer von ihnen. Einer von ihnen. Ähm, du bist ein Prototyp? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich hab noch nie einen Zünd wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerung. Nicht nur bei mir. Jeder Zünd, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Das war aber bei den Zünds in Fallout 3 nicht so. Wenn ich das mal rekapituliere gerade. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben nicht gebaut. Ja, kenn ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Ähm, ja. Ich hab schon wieder was gemacht, was Kyrie nicht gefallen hat. Wobei ich das gar nicht wollte, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass wir da so eine harsche Antwort jetzt geben. Beziehungsweise ihn mehr oder weniger beschuldigen. Äh, ich kann auch verstehen, dass das Kyrie nicht gefallen hat. Das tut mir leid. Das wollte ich so nicht. Ähm, ich wundere mich allerdings gerade, dass das Institut ihn tatsächlich ausgesetzt haben will. Oder sich selbst überlassen haben will. Weil die ja, äh, wie gesagt, in Fallout 3 noch sehr, äh, hinterher waren, auch einzelne wiederzufinden, die vielleicht abgehauen sind oder ähnliches. Also, das, äh, finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Ach, du Scheiße. Das wüsste ich jetzt, äh, zum... Das wüsste ich jetzt überhaupt nicht mehr selber, die genau beschreiben zu können. Aber zum Glück, ähm, wird er hier eine vorgefertigte Antwort wohl geben. Und ich muss das selber gar nicht mehr wissen. Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, wie die aussahen. Ich erinnere mich noch grob an die Szene, aber ich könnte keinen von denen mehr beschreiben. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief. Und rau. Wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Der Kerl, der... meine Frau getötet hat. Er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Also wenn er den gleich, äh, irgendwie direkt anhand dieser Beschreibung identifizieren kann, dann halte ich das für ein bisschen unrealistisch. Aber, okay, wir schauen mal, wohin das führt. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Ähm. Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ah. Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West-Stands. Der Junge war ungefähr... ...zehn Jahre alt. Alter. Haben wir von Kellogg nicht sogar schon mal gehört oder gelesen? Der Name kommt mir tatsächlich bekannt vor. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ist das das Haus, in dem wir schon drin gewesen sind, wo wir mit Piper eingebrochen sind? Also uns umgeschaut haben? Wie krass ist das denn? Und er war mit einem zehnjährigen Kind da. Wir haben ja schon festgestellt, nach der Entführung von Sean sind wir wieder eingefroren worden. Und wir wissen nicht für wie lange. Das heißt, der Zehnjährige könnte durchaus unser Sohn sein. So, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich wette, das ist das Haus irgendwie... Wo war das? Hier oben, ne? Hier hinten irgendwie hoch. Ich weiß nicht, was Ellie es hört. Aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kelloggs herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Alter, was ist hier los? Wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass das Kind tatsächlich Sean sein könnte. Und er halt mittlerweile kein Baby mehr ist. Ja, was auch immer wir in diesem Haus jetzt wieder erneut finden. Denn ich bin tatsächlich schon drin gewesen. Ich habe mich ja in der Stadt schon umgeschaut und war mit Piper schon in diesem Haus drin. Habe sogar festgestellt, dass da Kinderspielzeug rumlag, wenn ich mich recht erinnere. Aber es ist halt niemand dort gewesen. Ich bin gespannt, was wir jetzt dort finden. Welche Hinweise und Informationen wir da rauskriegen können. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich bin enorm gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn wir wieder weitermachen bei Fallout 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Und sage mal Tschüss. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.